Die Armin und Susanne und mich und Christian, wir haben uns alle eingeladen, hierher zu kommen, um mit denen zu feiern, diese 48 Stunden lang. Die haben nicht viel Geld und die müssen uns unseren Weg zurückzahlen. So, wenn es euch gefallen hat und ihr gehen müsst, bitte geh, aber geh und kauf uns eine Cola oder ein Bier, was so wie ihr gedacht habt, dass es wert war. Da gibt es eine ganz große Säule hier, einfach reinwerfen, was ihr könnt und wenn ihr gehen müsst, bitte hau ab jetzt, sodass wir dann sehr andere Leute reinbringen können in den nächsten Dingen. Es ist 17 Uhr, ich habe jetzt drei Stunden Onsuit wieder gespielt und hängen einfach nur eine Stunde dran und wir haben noch 23 Stunden vor uns und hier gibt es so eine Art Schichtwechsel, da werden die Zuschauer dann immer rausgeschickt. Und die nächsten Zuschauer kommen rein, es ist tagsüber, vor allem bis in die Nacht rein, auch sehr gut besucht. Das war das Zeichen hier mit Eieruhr, einmal in der Stunde wird hier gefeiert und die nächsten kommen auch sofort hier wieder rein. Hier ist immer was los in Würzburg.